Die Universal-Werkstatt-Schere ist eine robuste Kurzschere, 143 mm lang, hat einen Zwei-Komponenten-Griff, der wirklich gute Kontrolle über die Schere bietet und die Schneiden sind Edelstahl und die Schere kann für unterschiedlichste Materialien benutzt werden. Sie hat sogar eine Mikrofahrtzahnung, um auf glatten Oberflächen besseren Halt zu haben. Zusätzlich hat sie, um kleinere Kabel durchzuschneiden für Schläuche und so weiter, eine spezielle Ausformung in der Klinge. Untertitelung des ZDF, 2020